Hallöchen Leute! Ja, wir spielen heute eine Runde Pugel auf Miniclip Play Games. Ja, warum auch nicht, ne? Ich hab grad mal einfach in der Runde gestartet als Gast und guck mal wie wir uns hier schlagen. Also in Real Life hab ich das auch schon ein paar mal gezockt, aber ich bin da nicht wirklich gut. Wie man sieht, hab ich die Kugel sofort wieder ins Loch verschossen. Okay. Mal gucken, wie sich das Ganze hier noch entwickelt. Ein Spiel werden wir machen. Gucken, wie lange das dauert. Oh ja, wunderschön. Mein Handy macht jetzt wieder Geräusche. Die ganzen Morgen hat es keine Geräusche gemacht, aber jetzt macht es wieder Dün Dün. Genau, warum auch nicht, ne? Na komm, mach doch hin. Ich spiele jetzt gegen irgendeinen Online-Gegner. Ja, ich hab keine Ahnung. Anscheinend ist er nicht so blöd wie ich und kann schon ein bisschen spielen. Hm. Ja los, jetzt mach doch mal. Ist das hier mit Zeitbegrenzung? Das wär ja schön, dass jeder für den Zug so und so viel Zeit hat. Ja, ist. Haha, Idiot. Gut. So, was brauch ich? Ich brauch die Halben, ne? Die Halbe. Dann packen wir den mal irgendwo hier hin, dass wir den von der Seite schön schräg anschlagen können. Na komm. Na, ein bisschen so. Und jetzt, bam! Und drinnen. Bam, Alter. So muss das aussehen. Ich muss die Halben reinmachen und jetzt kommt der nächste Zug von mir. Mir! Komm, ich balle einfach rein. Bam! Junge. Man muss ja mal ein bisschen Platz machen. Die können ja nicht alle aufeinander liegen hier, ne? So. Na komm. Schade, dass hier keine Hintergrundmusik eingefügt ist. Ich fühle mich grad so ein bisschen still, auch wenn ich rede. Hm. Schade. Na komm, jetzt mach doch. Überleg nicht so lange. Such dir schnell einen aus und mach nicht meine rein. Und ich bin gleich wieder dran, wie man hört. Haha, Idiot. Ich glaub, ich spiel grad gegen so ein kleines Kindchen. I win this game. Okay, wen mach ich als nächstes rein? Vor allem, wen kann ich als nächstes reinmachen? Versuchen wir den mal. Verdammt. Wär auch zu schön gewesen, wenn er grad reingegangen wäre. Aber vielleicht geht er noch hier? Ah, verdammt. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Das wär doch echt cool gewesen. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne? So, er steht 2 zu 1 für mich. Wenn man das so zählen mag. Ey, ich bin... Bin ich... Bin ich blöd? Oh nein. Macht er denn die weiße rein? Bist du aber klappt, oder wat? Oh, oh, oh. Na los, komm. Na, ey, ey. Mach doch die dunkle hier rein. Mach doch die hier. Hallo? Das ist doch deine Kugelfreundchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja gut. Jeder ist mal Anfänger. Ich spiele es ja grad auch zum ersten Mal. Also ich will mich nicht zu sehr über ihn lustig machen. Aber vielleicht klappt es bei mir auch nicht und dann... Hallo? Oh, das ist kacke schwer. Sag ich ja. Aber der geht rein. Der ging wunderschön rein. 4 Kugeln müssen wir noch insgesamt versenken. Die sollten wir auch locker reinkriegen. So, und dann noch die hier, ne? Ja. Nein, was machst du? Und die schwarze... Hä? Wo ist überhaupt noch eine schwarze dabei? Ist das die schwarze? Weil, ja klar, ist die schwarze. Die 8 ist immer die schwarze. Die darf man nicht rein machen. Und falls Leute die Spielregeln von Poolen noch nicht kennen, es gibt immer eine schwarze. Die sollte man nicht rein machen, denn dann hat man sofort verloren. So. Ah, geht der rein? Wenn ich jetzt so mache. Ah, fuck. Aber der geht rein. Der geht rein. Ja, wunderschön. Geil. Ist zwar nicht gewollt, aber nicht schlecht. Ja, Julia. Bam. Auch drinne. Und jetzt noch diese da. Jetzt noch die. Wenn das klappt, dann haben wir gewonnen. Beziehungsweise ich habe gewonnen. Und das wäre ja ein schnelles Spiel gewesen. Bom. Nein, das war ja so klar. Das war ja so klar, ne? Ah, Mensch ins Kind. Als ob der jetzt noch sieben Stück auf einmal rein macht. Komm, mach da nicht. Mach da nicht. Ich muss, ich muss. Ich muss meine letzte nur noch rein machen. Bitte, schickaum. Warum macht der denn nicht? Ist ja doof. Naja. Egal. Ich habe gewonnen. Und. Ach, die 8 muss man am Ende noch rein machen. Stimmt ja. Egal. Passt schon. Gewonnen ist gewonnen. Nein. Ich soll ja auch noch eine von ihm rein. Rein gesenkelt. Naja. Der Gewinn wurde uns gegönnt. Und ich würde sagen, wenn ihr mal Bock habt, eine Runde gegen mich zu spielen, können wir gerne mal vereinbaren. Dann können wir uns hier treffen auf Minaclub Games. Blablabla. Link findet ihr in der Beschreibung. Und dann können wir mal ein Match gegeneinander machen. Kein Problem. Also, wenn ihr mehr sehen wie das sehen wollt, dann auf meinen Kanal kommen. Und bis morgen. Ich gehe nicht weiter auf den Kanal. Bis dann. disruptive, bis dann sind die kilometres dazu. Bis dann. Dasなるほど Bis zum nächsten Mal.